8. Kapitel Hattest du einen schönen Abend? fragte Draco, nachdem er Hermine zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors gebracht hatte. Ja, er war wundervoll, erwiderte Hermine. Danke für alles. Du musst mir für nichts danken. Es war mir eine Ehre, deine Begleitung zu sein, sagte er und deutete eine leichte Verneigung an. Ein kurzes Lächeln huschte über Hermines Gesicht. Er machte sie so glücklich, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Gute Nacht, sagte die Gryffindor schließlich. Gute Nacht, erwiderte Draco, griff nach ihrer Hand und drückte sie fest. Sie spürte, wie sie rot im Gesicht wurde und als er sie wieder losließ, fühlte es sich seltsam falsch an. Er lächelte kurz, nickte ihr zu und drehte sich dann um. Hermine öffnete die Tür zum Gemeinschaftsraum und bevor sie darin verschwand, drehte sie sich noch einmal zu Draco um. Ihre Blicke kreuzten sich und in Dracos Augen funkelte etwas Wissendes auf. Hermine schloss die Tür hinter sich und hatte das Gefühl, ihr Herz würde aus ihrer Brust springen. Du musst mir alles erzählen, alles, forderte Ginny am nächsten Morgen. Hannah, Olivia und Jasmine hatten das Zimmer schon verlassen, um zu frühstücken und Kaffee zu trinken, nicht ohne noch einen interessierten Blick zur Hermine zu werfen. Es gibt nicht viel zu erzählen, sagte Hermine und gähnte. Ich bitte dich, es sah so zauberhaft aus, wie ihr getanzt habt. Und dann war dir plötzlich weg, bohrte Ginny weiter und ließ sich neben Hermine auf ihr Bett fallen. Wir haben geredet über früher, antwortete Hermine. Und sonst gar nichts, wollte Ginny wissen und sah fast schon enttäuscht aus. Nein, sonst gar nichts, stimmte sie zu. Schade, seufzte Ginny und Hermine sah sie kopfschüttelnd an. Ihr würdet gut zusammenpassen. Wieso willst du das denn so unbedingt? Ich dachte, du magst ihn auch nicht. Ich mochte ihn nicht. Aber er hat sich scheinbar wirklich geändert. Und vor allem sehe ich, dass er dich glücklich macht und das hast du dir verdient. Ginny lächelte Hermine an und Hermine konnte gar nicht anders, als es zu erwidern. Meinst du, es könnte bald mehr werden? Fragte die Rothaarige dann. Ich weiß es nicht, aber du magst ihn. Diese Frage sprach sie nur vorsichtig aus. Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich mag es in seiner Nähe zu sein, antwortete Hermine genauso vorsichtig. Sie war sich über ihre Gefühle selber noch nicht ganz im Klaren. Sie genoss die Zeit mit ihm und irgendwie war es auch mehr als eine einfache Freundschaft, aber konnte sie wirklich schon von verliebt sein sprechen? Wirst du es darauf ankommen lassen? Ich denke schon. Ginny grinste nun über das ganze Gesicht und drückte Hermines Hand fest. Ich wünsche dir ganz viel Glück, sagte sie und schlang dann ihre Arme um Hermines Hals. Danke, klüsterte diese und war unsagbar froh, dass Ginny sie unterstützte. Die nächsten Wochen vergingen und Hermine verbrachte ihre Zeit wie gewohnt mit Draco. Sie saßen im Unterricht nebeneinander, machten ihre Hausaufgaben gemeinsam und gingen sogar gemeinsam spazieren. Draußen wurde es immer kälter und Anfang Dezember fiel dann auch der erste Schnee. Ich dachte schon, Hogsmeade fällt dieses Jahr aus, sagte Draco. Nach der Zaubertrankstunde wollten er und Hermine gerade in die Bibliothek, als sie den Aushang entdeckten. Ich habe schon gar nicht mehr daran gedacht, gestand Hermine. Dann haben wir ja zumindest schon mal einen Plan fürs Wochenende, nicht wahr? grinste Draco. Hermine sah auf. War das etwa eine Einladung? Ja, sagte sie deswegen nur und nickte. Gut, dann lass uns jetzt in die Bibliothek, ich habe danach noch Training. Kommst du mit? Sicher nicht, es ist viel zu kalt. Draco seufzte theatralisch und Hermine stieß ihm in die Seite. Gemeinsam setzten sie ihren Weg in die Bibliothek fort. Ihr geht also gemeinsam? fragte Ginny, als sie mit Hermine am nächsten Tag nach dem Mittagessen durch das Schloss in Richtung ihres Gemeinschaftsraumes liefen. Keine Ahnung, ich denke schon, erwiderte diese schulterzuckend. Hat sich doch so angehört, oder? Schon, aber eine direkte Einladung war es auch nicht. Er scheint sich wohl auch nicht so sicher zu sein, sagte Ginny da und Hermine blickte sie verwirrt an. Die Rothaare gedeutete in Richtung des verschneiten Innenhofs, wo Draco in weniger Entfernung mit einer Slytherin aus dem siebten Jahr stand und sich angeregt mit ihr unterhielt. Sie stand verdächtig nah bei ihm und berührte in diesem Moment sogar noch seinen Arm, während sie über irgendetwas lachte, was der Blonde gesagt hatte. Hermine konnte nicht verstehen, über was sie sprachen, doch sie meinte das Wort Hogsmeade zu hören. Ginny's Blick ruhte immer noch auf ihr, als Hermine durch die Säulen ging, die den Flur und den Innenhof abgrenzten, sich nach unten beugte und aus dem Schnee eine kleine, feste Kugel formte. Bevor sie darüber nachdenken konnte, holte sie aus und warf den Schneeball mit voller Wucht gegen Dracos Hinterkopf. Draco fuhr augenblicklich herum. In seinem Blick lag Überraschung, aber auch ein wütendes Funkeln. Als er allerdings Hermine erblickte, die ihn mit in die Hüften gestemmten Armen anblickte, veränderte sich seine Augen. Noch bevor Hermine überhaupt begriff, was er tat, rannte er auf sie zu und packte sie. Hermine schrie und strampelte, doch Draco hatte sie fest umklammert und trug sie nach draußen, wo er sie mühelos mit einer Hand festhielt, mit der anderen Hand griff er sich eine Handvoll Schnee und rieb den in ihr Gesicht. Draco! kreischte Hermine. Der Blonde ließ sie lachend los. Hermine nutzte die Chance und warf erneut eine Handvoll Schnee entgegen. Nur aus dem Augenwinkel konnte sie das entsetzte Gesicht der Schülerin sehen, die sich gerade noch mit Draco unterhalten hatte. In ihrem Gesicht und in ihren Haaren hing Schnee und sie sah mit entsetztem Gesicht in Richtung Ginny, die mit unschuldigem Gesicht in eine andere Richtung sah. Im nächsten Moment spürte Hermine schon etwas unglaublich Kaltes in ihrem Nacken. Draco hatte ihr tatsächlich eine Handvoll Schnee unter ihren Umhang gesteckt. Von da an war eine wilde Schneeballschlacht im Gange, an der sich plötzlich mehrere Schüler beteiligten. Draco jagte Hermine durch den Innenhof und obwohl es viel zu kalt war und sie nicht warm angezogen waren, spürte sie eine unglaubliche Hitze. Draco hatte das andere Mädchen ohne zu zögern stehen gelassen und auch jetzt war sein Blick nur auf sie gerichtet. Von allen Seiten wurde Hermine nun mit Schneebällen beworfen und plötzlich packte Draco sie erneut. Doch nicht, um sie wieder mit dem kalten Schnee zu bewerfen. Er drückte sie fest an sich und drehte sie so mit sich herum, womit er sie vor den Angriffen der anderen schützte. Auch er war außer Atem und lachte. Es war ein wundervolles Geräusch und Hermines Herz schlug heftig gegen ihre Brust. Da hast du ja was angerichtet, raunte er ihr leise ins Ohr. Sein Atem ging immer noch nur stoßweise und als Hermine aufsah, bemerkte sie, dass sein Gesicht gerötet war. Selber schuld, erwiderte sie. Du kannst wirklich eifersüchtig sein, lachte er. Hermine bekam eine Gänsehaut, die sie allerdings auf die Kälte schob. Davon träumst du wohl, sagte sie, doch klang dabei nicht mehr so selbstsicher wie vorher. Ein wirklich schöner Traum, kam es leise von ihm. Die Gryffindor wusste nicht, was sie sagen sollte und hatte auch gar nicht bemerkt, dass sie mittlerweile wieder am Kreuzgang standen, der um den Innenhof führte. Draco zog seine Jacke aus und legte sie Hermine über die Schulter. Du musst doch erfrieren, sagte er schließlich. Erst jetzt bemerkte Hermine, wie sehr sie zitterte. Danke, murmelte sie. Ist schon okay. Gib sie mir einfach zurück, wenn wir nach Hogsmeade gehen, sagte er und zwinkerte ihr zu. Klar, antwortete Hermine und eilte dann den Flur entlang. Zwei Wochen vor Weihnachten war das Hogsmeade-Wochenende und als Hermine mit Ginny nach unten in die Eingangshalle ging, wartete Draco bereits auf sie. Er trug einen langen schwarzen Mantel und seine blonden Haare steckten unter einer ebenfalls schwarzen Mütze. Wie konnte er nur in allem, was er trug, gut aussehen? Diesmal warm angezogen, fragte er sie zur Begrüßung und grinste sie an. Solange mir niemand Schnee in den Kragen steckt, erwiderte Hermine kühl. Wer hat mir denn bitte einen Schneeball an den Kopf geworfen, gab Draco zurück. Daran warst du ja wohl selber schuld, brummte sie, woraufhin Draco lachte. Viel Spaß euch beiden, sagte Ginny, die noch hinter Hermine stand. Sie hatte ihre Freundin ganz vergessen und wurde sofort rot im Gesicht. Danke, murmelte Hermine und winkte ihr zu. Gehen wir, fragte Draco und Hermine nickte. Nox. Den Kanal und mich kannst du durch PayPal, die Amazon Wishlist oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile, Geschenke und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig. Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.